Mein Name ist Leo Eckele, ich bin dein Abiturcoach, ihr seid die Abiturathleten und das ist der Oberstufenguide. Viele von euch kommen vielleicht jetzt gerade in die 11. Klasse, das heißt in die Oberstufe und fragen sich, wow, was erwarte mich dazu? Und deswegen will ich jetzt hier ein Video drehen, wo du genau die Sachen erfasst, du wissen musst. Es gibt unfassbar viele Details, wo sich die Oberstufe von der Mittelstufe unterscheiden. Da auf die ganzen Mini-Mini-Dinger gehe ich gar nicht ein, sondern ich gebe dir genau das, was in meinen Augen am Anfang wichtig ist zu verstehen. Um im Nachhinein nichts zu bereuen. Deswegen lass uns direkt rein starten. Die aller, 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 aller wichtigste Sache, die die meisten nicht raffen, ist wie die Endnote. Ich sage ja, arbeitet immer zielorientiert. Deswegen fangen wir bei der Endnote an. Dein Abiturschnitt, den du schlussendlich bekommst, wie der eigentlich zustande kommt. Das ist so entscheidend, das zu raffen, weil du dadurch so viel mehr das Ganze einteilen kannst und so schlussendlich auch genau so performen kannst, wie es sich auch wirklich lohnt. Und zwar ist es nämlich in der Oberstufe in keinster Weise so, dass jeder Abschnitt der Oberstufe gleich wichtig ist. Sondern im Gegenteil, jeder Abschnitt wird immer wichtiger. Was gleichzeitig bedeutet, dass die 11. Klasse gar nicht so wichtig ist. Warum meine ich das so? Im Prinzip kommt der Endschnitt grob gesagt so zustande, dass du deine Noten der 11. Klasse nimmst. Die machen ein Drittel aus. Die 12. Klasse macht ein Drittel aus. Und die Abiprüfungen nochmal machen ein Drittel aus. Jetzt könnte man sagen, ist doch alles gleich gewichtet. Ist es auch. Das Problem ist nur, dass die 12. Klasse und das Abitur ja im gleichen Jahr sind und dieses Jahr ja sogar nochmal etwas verkürzt ist im Vergleich zur 11. Also, das bedeutet folgende Sache. Nach dem ersten Jahr, nach dem ersten ganzen Jahr, wo die 11. Klasse rum ist, hast du mehr, mehr als die Hälfte der Zeit deiner Oberstufe schon rum. Ja, danach kommt eigentlich bloß noch ein Dreiviertel des Jahres, weil die 12. Klasse immer ein bisschen abgekürzt ist. Gleichzeitig aber hast du maximal ein Drittel deiner Noten. Es kann auch sein, dass die 12. manchmal noch 36% gewertet ist durch Jokern und Verschieben und was weiß ich alles. Das heißt, theoretisch hast du nach mehr als der Hälfte der Zeit noch nicht mal ein Drittel der Noten. Und deswegen, so entscheidend, vor allem an alle Leute, die vielleicht jetzt auch schon in der 12. Klasse sind. Jetzt geht es erst richtig los. Ihr könnt nochmal so viel raushauen. Das war ja bei mir genauso, dass ich nach der 11. und der 12. Klasse erst auf 1,8 stand und dann durch meine 1,0 in den Abiturprüfungen mein Gesamt-Abi-Schnitt auch auf 1,4 runtergezogen habe. Und deswegen bedeutet das gleichzeitig aber auch nicht für die 11. Klasse, dass ich sagen, oh ja, es geht chill. Eure Noten sind extrem wichtig, sind auch jetzt schon wichtig. Weil, erstens, gerade wenn du ein extrem hohes Ziel hast, also irgendwie ein 1er-Abi schreiben willst, wird dich jede schlechte Note extrem krass runterziehen. Sie will dich extrem krass runterziehen. Deswegen, gib definitiv in der 11. Klasse schon Gas. Auch deswegen, weil du im Prinzip auch deine Mentalität erstmal pushen musst. In der 12. Klasse, vor allem, wenn es ans Abi geht, du musst einfach da sein. Da ist keine Zeit mehr für, oh, ich bin gerade unmotiviert oder, oh, ich weiß nicht oder ich habe Prüfungsangst. Das muss da weg sein. Das muss da weg sein. Du musst in der 12. volle Kalle am Start sein, weil du in so kurzer Zeit so viele wichtige Noten kommst. Deswegen ist die 11. zwar für die Noten schon wichtig, noch wichtiger aber, dass du erstmal deine Mentalität schon richtig krass am Start hast, damit du dann in der 12. vollkommen durchstarten kannst. Eigentlich allein für diesen Insight könnt ihr das Video eigentlich auch schon mit euren Freunden am besten gleich in die ganze Klassengruppe teilen, weil das ist wirklich extrem wichtig, dass man das rafft. Aber, gehen wir weiter im Text. Ich habe gerade schon angestrichen, sowas wie Streichen, Jokern und was weiß ich, was es in manchen Bundesländern noch für verschiedene kleine Tweaks gibt. Vergesst es alles. Okay, vergesst es alles. Sagst du, hä, Leo, aber wir dürfen das doch machen. Ja, darfst du auch machen. Das Problem ist, wenn wir als Menschen in unserem Kopf haben, oh ja, das kann ich ja theoretisch streichen, dann geben wir uns sofort weniger Mühe. Und es geht mir auch nicht darum, dass du immer in jedem Fach deine beste Note hast und du die schlussendlich streichen musst. Es geht mir darum, dass du speziell am Anfang des Schuljahres, speziell am Anfang der Oberschule sowieso noch nicht sicher weißt, was du streichen willst. Deswegen, gib in jedem, vor allem im ersten Halbjahr, vor allem im ersten Halbjahr, da gibt es überhaupt keine Ausreden, gib im ersten Halbjahr in jedem einzelnen Fach richtig krass Gas, weil du kannst definitiv jede Note hiervon einbringen. Wenn du dann mal in der zweiten Hälfte der 12. Klasse bist, dann kannst du auch überlegen und vielleicht im Vorhinein schon ein bisschen rechnen, okay, was könnte ich streichen und so weiter. Aber verbrauch niemals, niemals im ersten Halbjahr der 11. Klasse schon irgendwie deine Joke und denkst, ich hab sie ja. Ich verspreche sie, egal wie konsequent du bist, egal wie konstant du lernst, egal wie viel Gas du gibst, egal wie wenig Prüfungsangst du hast, egal wie wenig du eine Prüfung je verkackt hast, es wird definitiv mal irgendwas in den nächsten zwei Jahren passieren, wo du denkst, oh fuck, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Und da, wo du einfach mal dumm ausgefragt worden bist und dann noch eine Ex irgendwie nicht mitbekommen hast, und dann hast du dann im Fach, wo du davor deinen Joker schon eingeplant hattest, eine richtig schlechte Note, die du dann jokern musst, wo du dich dann die erste Sache, wo du dachtest, die joker ich auch weg, die nicht mehr jokern kannst. Und deswegen, sei am Anfang unbedingt am Start und vergesst sowas wie, oh, ich kann das schieben oder was auch immer. Dann gibt es natürlich noch ein paar klassische Unterschiede zwischen Oberstufe und Mittelstufe, und zwar natürlich im allerersten Falle, es gibt ein Punktesystem statt ein Notensystem. Das klingt vielleicht am Anfang mega kompliziert, aber ist übelst simpel, okay? Ihr hattet davor Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt habt ihr einfach für jede einzelne Note habt ihr drei Punktezahlen. Das bedeutet, es gibt nicht mehr nur eine 1, sondern es gibt auch eine 1 Plus. Die 1 Plus sind einfach die 15 Punkte, die normale 1 sind die 14 Punkte, die 1 Minus sind die 13 Punkte. Dann habt ihr für die 2 auch wieder drei Punktezahlen, das heißt die 2 Plus ist dann eben die 12, die Karte 2 ist die 11 und die 2 Minus sind die 10 Punkte. Gleich hier bei der 3, 3 Plus 9 Punkte, normale 3 8 Punkte, 3 Minus 7 und so weiter, bis dann irgendwann die 6 eben die 0 Punkte sind. Und das ist alles, wie das Punktesystem funktioniert. Das heißt diesmal, je mehr Punkte, desto besser, nicht je kleiner die Note, sondern je größer die Punkte, desto besser und es ist einfach differenzierter, das ist alles. Natürlich habt ihr auch neu gewählte Fächer und ihr konntet euch die aussuchen, aber für die meisten, die jetzt in die Oberschule kommen, ist das eh schon passiert, deswegen werde ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Aber was auf jeden Fall noch ein entscheidender Unterschied ist, dass du eben Kurse hast statt Klassen. Das bedeutet, du bist einfach immer wieder, je nach Fach, mit neun Leuten zusammen und nicht immer mit deiner Klasse. Das bedeutet, du kannst dich noch stärker auf dich selbst fokussieren, was in meinen Augen auch sehr, sehr gut ist. Ich werde nochmal ein Video dazu machen, warum dein Banknachbar deine Note ausmacht. Deswegen, setz dich am besten gleich alleine irgendwo hin. Das ist so geil, du kannst dich so viel mehr darauf konzentrieren, du bist nicht immer mit deinen Freunden. Du kannst mit deinen Freunden in der Pause und in den Ferien, in der Freizeit und was weiß ich und am Wochenende was machen. Aber wenn du schon in der Schule sitzt, dann fokussiere dich doch wenigstens da drauf. Deswegen, das ist ein Hauptunterschied, den du auch gleich zu deinem Vorteil machen kannst. Und dann ist es natürlich noch so, dass du Klausuren statt Schulaufgaben hast. Und zwar hast du in jedem Schulhalbjahr je Fach nur eine einzige Klausur, die dann auch noch die Hälfte der ganzen Note für dieses Schuljahr und dieses Fach ausmacht. Deswegen, du musst bei dieser Klausur unbedingt am Start sein. Damit meine ich nicht nur physisch anwesend, sondern auch psychisch. Du musst wirklich gut vorbereitet sein. Erlaub dir da keine Fails, weil es wird dich einfach so krass runterziehen, wenn du sowas mal verkackst. Die Klausuren gehen auch wesentlich länger. Man muss sich definitiv besser vorbereiten. Aber es wird immer eine Klausurenphase geben, je Halbjahr. Und in der musst du einfach performen. Das ist einfach so, das ist extrem wichtig. Da gewöhnt man sich auch dran. Und vor allem mit den richtigen Techniken, Produktivitätstexten und so weiter, die du auch in allen weiteren Videos von mir bekommen wirst. Oder wie gesagt, wenn du mir auf Instagram die Frage direkt stellst. Dann wird es auch Rock'n'Roll. Aber sei dir bewusst, dass diese Phase eben extrem wichtig sein wird. Das waren, würde ich sagen, so die Hauptunterschieden. Natürlich gibt es noch ein paar weitere kleinere Unterschiede, wie zum Beispiel, dass die Lehrer dich wahrscheinlich oder eventuell siezen werden, was vielleicht ein neues Gefühl ist. Kann aber auch sehr, sehr cool sein. Was haben wir noch? Dann, es wird definitiv weniger kontrolliert im Sinne von, hast du deine Hausaufgaben gemacht, wie führst du dein Heft und so weiter. Wird immer noch ab und zu vorkommen, also es ist nicht komplett weg. Aber du hast definitiv mehr Selbstverantwortung, wodurch du wieder als Mensch sehr stark reifen wirst. Und du vor allem dich selbst auch mehr an der Nase nehmen musst, um einfach wirklich am Start zu sein. Du kannst nicht mehr drauf warten, so richtig krass, dass jeder dir alles hinterher trägt. Es ist immer noch wesentlich mehr als jetzt beispielsweise im Studium. Aber trotzdem, übernimm jetzt direkt am Anfang gleich die Verantwortung. Sag, ey, ich bin am Start. Ich krab das drauf. Und ich kümmere mich um meine eigene Sache. Und dann wirst du auch genau die gleichen Resultate erzielen, wie davon in der Mittelschufe, wenn nicht sogar noch bessere, wenn du dir jetzt eben dadurch, dass die Oberstufe jetzt wirklich auch zählt, nochmal das Ganze noch ernster nimmst. Und als letzten größeren Unterschied gibt es eine etwas andere Atmosphäre. Und das Problem, das Lustige und gleichzeitig problematische ist, ist, dass die Atmosphäre in zwei Arten und Weisen sich unterscheidet, die gleichzeitig aber eigentlich total gegensätzlich sind. Und zwar wird in meinen Augen die Atmosphäre wesentlich lockerer, aber gleichzeitig auch professioneller. Ich will es nicht professionell sagen, im Sinne von allerren mit anzukommen. Das ist vollkommen übertrieben und in den meisten Fällen definitiv nicht der Fall. Aber es wird deswegen lockerer, weil du zu den allerältesten Schülern der Schule gehörst und deswegen auch mit den Lehrern fast auf Augenhöhe stehst. Und man sieht sich gegenseitig. Und es wird einfach, es ist, man ist schwer zu formulieren, aber wenn man beispielsweise sich mit Lehrern sehr gut versteht, kann man sich fast als Freunde sehen, auch wenn ich das sehr vorsichtig sagen möchte. Aber versteht ihr, was ich meine? Man ist einfach mehr auf Augenhöhe. Und deswegen ist es auch nicht mehr so, dass der Lehrer dir so groß erzählen kann, was du machen möchtest. Und die Lehrer jucken sich auch nicht mehr so krass daran, was du machst. Also beispielsweise bei uns waren viele ewig am Handy und die Lehrer haben es einfach geduldet, weil die sich dachten, trifft nicht auf jeden Lehrer zu, ganz wichtig, aber weil die sich einfach dachten, ey, ihr seid alt genug, ihr seid freiwillig hier, macht mit eurer Zeit, was ihr wollt. Gleichzeitig, deswegen ist es eben lockerer, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass es manchmal um eine Präsentation geht, dass die Anforderungen einfach schon professioneller sind. Ja, man sollte sich gut artikulieren können. Und all diese Sachen, es wird einfach auch ein gewisser höherer Standard erwartet. Und aus diesem Mix das richtige Gleichgewicht zu finden, ist manchmal, glaube ich, echt eine Kunst. Weil, klar, du kannst mal mehr chillen, du musst dir nicht mehr so viel erzählen lassen. Gleichzeitig musst du aber auch echt am Start sein und auch die entsprechende Leistung zu bringen. Ich finde, da ist das Stichwort einfach Verantwortung. Mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Und darum sollst du dich auf jeden Fall kümmern. Aber am Ende, das ist das Wichtigste noch zum Schluss, am Ende ist es immer noch Schule. Okay, Schule ist Schule. Und ob das jetzt Mittelstufe, Unterstufe, Oberstufe heißt, ist einfach nur ein höheres Level, aber es ist immer noch Schule, du bist immer noch ein Schüler, du hast immer noch deine Hälfte, aus denen du lernst. Es gibt immer noch eine Tafel und einen Lehrer, der da vorsteht. Es gibt einen Beamer, einen Overhead-Projektor und was weiß ich alles. Alles wie davor, nur jetzt gilt es wirklich. Deswegen startet richtig durch. Die Oberstufe ist in meinen Augen eine geile Möglichkeit, wirklich extrem auch als Persönlichkeit zu wachsen. Ich habe es bei mir selbst extrem krass gemerkt. Und dabei will ich euch maximal unterstützen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube wie immer an dich. Wir beide sehen uns schon morgen im nächsten Video. Dein Leo.